Oh cool, Nebula. Wir lieben ja Nebula, haben wir ja festgestellt. Oh Gott, ein Mantis Bomber und zwei Mantis. Ich bin übrigens sehr erstaunt, dass ich immer noch nicht einen weiteren Crewman mehr gekriegt habe. Ok, zwei, drei. Ok, worauf schieße ich jetzt? Wo kriege ich den meisten Schaden raus? Perfekt. Jetzt kann er auf jeden Fall nicht mehr daneben schießen, hoffe ich, weil ich habe allerdings noch die scheiß Schilder auf dem Rauf. Verdammt. Aber Ben macht dann schon. Harko, geh mal bitte wieder da dran. Du gehst nicht rein. Die Türen sind jetzt erstmal unwichtig. Ok, wieder auf die Schilde. Gut, dann mache ich das halt so. Oh, ich brauche echt mal wieder ein bisschen Sprit. Ok. Ich sollte eigentlich auf das Schild gehen, allerdings gehe ich da jetzt auch drauf. Pfff. Ja, ich hätte ja auch das Schiff jetzt einfach zerstören können. Aber ich sehe es einfach nicht zu gerne. Boom. Na gut, er gibt mir ein bisschen Sprit. Gehen wir mal in den Laden und dann kriegen wir nochmal Sprit. So, was haben wir hier? Ok, erstmal alles draufballern und... So treffe ich die meisten Räume. Erstmal auf der Feuer. Er geht sich gleich heilen. Du Schwein. Du Schwein. Okay. Beide Schilde bitte aus und danke und... Oh, ähm... Ne, ich kriege glaube ich mehr, wenn ich den zerstöre. Ja, doch. Ja, doch. Ehh... Okay. Erstmal in den Laden. Ich schaff das ja schnell. Ich... Oh, oh, Bombs. Genug. Sehr gut. Die würde ich... Oh, 18 Sekunden. Oh man. Oh man. Oh, das ist ja länger als... Die Länge braucht... 18 Sekunden. Ist echt ne Menge. Ja gut, das eine ist 25. Erstmal halt in den Laden und den Beam verkaufen. Ähm... Was war das Schiff dann noch? Ja gut, egal. Verkauf mal noch Basic Laser. Ähm... Damit ich noch ein bisschen rumfliegen kann. Und an dem Schiff, was wollte ich da noch verbessern? Den Autopiloten ist nie schlecht, denn wenn mein Schiff mal getroffen wird... Ist es... Immer noch gut, dass dann... Wenn ich den Typen mal abziehen muss. Und... Ähm... Ja... Ich glaube noch zwei Energie für... Für die Drohne, falls ich sie mal benutze. Und ich geh dann lieber erstmal in den Ohm lang. So, jetzt die Antisch-Schiff-Drohne. Die Jungen-Bohm bitte auf den Laser, damit der... ...möglichst schnell ausgeschaltet wird. Oh Gott, Rako, du wirst dich schnell da raus... ...ziehen. Wir beide, macht das bitte. Och, hat die Jungen-Bohm jetzt echt nicht getroffen. Ne, ne, ne. Oh, ich seh schwarz für den Raum erstmal. Deswegen... Lass mich die Türen verbessern, damit das da nicht durchkommt durch die... ...underen Räume. Gut. Türen schließen. Ja, beide geht reparieren. Ah, Mann ey, will ich den Kampf jetzt wirklich weiterführen? Gut, ich halt noch so lange durch, wie ich kann. Oh Gott. Aber da ist er zum Glück. So. Trifft das? Perfekt. Was die Jungen-Bombe jetzt halt macht, sie geht halt durch die Schilde durch und... Ach, jetzt kommt schon. Scheiß. Drecksack. Ne, du hast mir viel zu sehr Ärger gemacht, als ob ich dich jetzt gehen lasse. Oh, Mann ey. Ich brauche unbedingt ein Engie. Es geht so gar nicht mit dem reparieren, dass es so lange dauert. Oh Gott. Na, haha. Hört schon, Knopf. Hm. Hm. Ach Gott, ja, das war jetzt schon wieder so schlecht. Beziehungsweise unnötig. Ich will unbedingt noch einen Engie haben. Okay, gut, dass er es nicht getroffen hat. Die Jungen-Bombe bitte hier hin. Trifft. Perfekt. Okay, warte, 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 warte. Ähm. Nein, nein, nein. So, hätte ich es bitte jetzt. Ne, die Jungen-Bombe brauche ich glaube ich nicht mehr. Wenn ich treffen würde. Aber ich hätte keine Waffensysteme offline. Okay, schnell reagieren. Ähm. Besser als nichts. Besser als nichts. Kann ich das auch nochmal benutzen? Kann ich das auch nochmal benutzen? Was ist das überhaupt noch? Äh. D. 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 Gut, Kampf. Noch mehr Scrap, gut. Gut, jetzt habe ich so viel Energie, was könnte ich damit machen? Ich könnte mir vielleicht noch mal bald eine zweite Drohne besorgen. Oder ich könnte meinen... Okay. Daneben. Daneben. Ja, super. Nee. Gegen den wollte ich jetzt einfach nicht mehr kämpfen. Und mein Gott, ist der Typ stark bewaffnet. Ah, das war jetzt doch nicht der beste Move. Ich dachte eigentlich, dass wenn ich die Schilde ausstelle, dass ich dadurch... Ha. So, dann noch den Laser durch die drei Räume ziehen. Dann dürfte der eigentlich auch Geschichte sein. Dass wenn ich jetzt den... ...die Schilde ausmache, dass ich dadurch dann den Ionen schadlich kriege und die dann nicht lahmgelegt sind, sondern einfach nur hoch und runter fahren müssen. Gut. Muss ich wohl oder übel zum Ausgang? Doch, nee. Dann schaffe ich noch den Einsprung hier. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Nein. Warum... Warum Gott... Ich hasse diesen Ionen-Spurm. So. Bitte trefft. Gut. Äh, am meisten Räume treppen... Das dürfte der Schuss sein... Nee... Nö... Jetzt kannst du mich mal... Geh's mir auf den Sack, wenn die nur 15 Millionen Stunden kämpfen... Ach ja, klar, jetzt schickst du doch noch so ne... So ne Angriffsdrohle hier in mein... Schiff... Ja, perfekt... Genau das, was ich brauchte... Beziehungsweise haben wollte... Und ab zum letzten Level... Ja... Explain your shit... Okay, ich bin voll geheilt und... Muss jetzt erstmal reparieren... Ähm... Ja... Ja... Wenn du kennst den da mal... Ach Gott, das ist jetzt wieder so ganz doof... Was ist diese dofe Drohne da drin hockt, ey... Naja... Ich bezweifle, dass ich mit diesem Waffensystem... An dem Boss irgendwas an... Schaden... Machen werde... Ich bezweifle es einfach... Zumindestens... Ich... Ja... Nee... Ich glaub nicht... Das wird hart... So... Der Kampf wird auf jeden Fall... Wirklich schwer... Finde ich unmöglich... Okay... Ich hab ja genug von den Dingern... Hoffe ich... Ah, ich hab jetzt so ne Elite-Crew, ne... So, perfekt... Ähm... Durchziehen... Danke... Also die Drohnen bringen's jetzt schon, weil... Ich hätte sie wirklich gern früher gehabt... Ach, wie seht ihr das Schiff so schön zerballern... Ich liebe es einfach... Noch mehr Scrap... Eigentlich sollte ich... Eigentlich alles verbessern, was keine Energie braucht... Weil ich hab schon meine maximale Energie verbraucht... Okay... Das muss schnell zu dem Typen hin... Drohne, Drohne... Und ne Boarding-Drohne... Na klar... Schon wieder der Müll... Schon wieder der Müll... So, ich will einfach nur nicht mit dem gleich in diesem Leck kämpfen, wenn der tot ist... Okay... Kaputt... Zerstören... Rapparieren... 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 Da ist noch mal ein Laden... Da ist noch mal ein Laden... Und an der Repair-Station... Krieg ich noch mal Zeug... Was irgendwo muss er repariert... Gut... Dann hier hin... Schon mal die Drohnen ausschicken... Ich mag den seine Waffe nicht... Oh Gott... Feuer... Überall... Und mein Luft... Ah... Scheiße... Ähm... Ja... Komm, ihr müsst beide nur bitte... Einmal oder zweimal treffen... Bitte... Okay... Nein... Das Ding... Komm schon Feuer... Geh aus... Meine Luft darf nicht verbrennen... Oh na super... Warum bereitet sich das Feuer so schnell aus? So... Alle Türen zumachen... Weil die Luft wahrscheinlich nicht weggeht... Nee... Verdammt... Vollheilen... Und schnell reparieren... Alle... Jetzt verrecken wir hier alle... Puh... ...Betzi wieder da hin... Rack mal die Waffen... ...Jetzt kommt der große Kampf... Und ich hab nur vier Teammitglieder... Das ist echt... Aaaaah... Nicht gut... Echt nicht gut... Naja... Komm, auf zum großen Kampf. Die zwei Schild nochmal hochfahren, die beiden Schiffdrohnen losfeuern und den Typ mit den Arsch treten. Ich krieg's so auf den Sack. Ich werd's so auf den Sack kriegen. Okay. Ion-Bombes. Feuer. Natürlich geht er unsichtbar noch damit, nachdem ich da drauf geschossen habe. Das heißt, in der Zeit werde ich... Au-Fuck. Okay. Durch. Feuer. Erstmal die Schilde kaputt fliegen. Die Raketenwerfer auch kaputt machen, weil er mir auf den Sack geht. Wieder auf die Schilde. Oh, er hat sich gar kein Geld an. Türen auf. Okay, 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 okay. Ähm... Ion-Bombes ist wieder am Start. Laserfeuer. Bullfeuer. Ja. Ja. Oh, Mann. Gut. Das doof ist, er ist noch nicht besiegt. Oh, ich muss mich erstmal reparieren gehen. Ich hoffe, ich schaffe es noch rechtzeitig, ihn noch mal zu bekämpfen. Okay. Ähm... Okay. Angreif. Drohnenlos. Wieder Ion-Bombe da drauf. Die Ball da drauf. Jetzt kämpft er mit Drohnen. Na, super. Scheiße, Drohnen. Das könnte vielleicht sogar wirklich was werden. Oh, Gott. So viel auf einmal. Komm schon, komm schon. Okay, wir legen Brenz. Kriegen wir das, schaffen wir. Er ist verschreckt hier. Scheiße. Feuer löschen. Ach. Komm schon. Okay, ich muss unbedingt meine Drohnen wieder online kriegen. Oh, scheiße, die Türen sind kaputt. Nein. Nein. Oh, scheiße, ich muss meine Luft wieder kaputt kriegen. Äh. Nein, 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 nein. Luft. Komm schon. Dann bleib am Leben. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay. Als nächstes muss ich dann die, die Türen reparieren. Okay. Okay. Oh, nein. Lass mal warten, bis da wieder Luft drin ist. Oh, Mann. So, Türen zu machen. Oh, Gott. Das wird hart, der letzte Kampf. Oh, nein. Ich kann sie nicht wirklich heilen, glaube ich. Scheiße. Oh, Gott. Nein. Ich habe nur eine Chance. Entweder muss ich sie jetzt alle reinschicken und das reparieren lassen, sodass sie geheilt werden. Oder ich lass sie so kämpfen. Gott, scheiße. Ich guck mal, wie schnell es geht. Gut. Ne, es geht zu schnell. Okay. Okay. Ich muss so kämpfen. Gut. Okay, er hat ein super Schild. Das gefällt mir nicht. Egal, was mich jetzt trifft. Es wird mich sofort töten. Okay. Türen auf. Ja, zwei Leute tot. Es war so klar. Jetzt liegt es eigentlich total nur noch an Yeti Vin. Ja, gut. GG. Okay. Ich bin tot. Alles nur, weil ich meine... Weil ich meine Crew nicht retten konnte. Oh, Mann, ey. Oh, es war so knapp. Es war so knapp. Naja. Ich sag mal, vielen Dank fürs Einschalten und... Oh, Mann, war das gerade anstrengend. Bis denn. Bis denn.